Ich bin erschlagen von all diesen Eindrücken und diesen Orten. Ja, die Kunst spiegelt sich immer wieder in dir selbst. Und ich mache ja immer gerne Bilder, die sich spiegeln in einem Glas. Ja, eine wunderschöne Architektur. Leider wird das Kunstmuseum viel zu wenig genutzt. Ja, wir sollten diese Räumlichkeiten mit Wolfsburg-Kunst auffüllen. Aber da muss man ja noch lange klopfen in Wolfsburg, bis sich was ändert. Ja, aber ich hoffe und ich denke, in zehn Jahren kommen wir hier alle rein. Ja, dann vertragen wir uns. Dann sehen wir uns. Und dann stoßen wir an. Ja, auch das passt zur Wand. Der Hintergrund zu für Person. Don Grater. Ja, Christian Ciorno. Der Erfinder vom VVD. Die ganze Geschichte auf einmal aus der Stiftung heraus. Ja, manche verstehen wirklich was von Kunst. Kunst hilft, dass wir uns alle besser verstehen. Und das zeichnet sich hier auch an. Bild für Bild. Ja, einfach genial. Der Aufgang zur Kunst. Und der Weg in eine Welt. Man sieht es an den Gesichtern. Hier bin ich. Hier will ich sein. Hier fühle ich mich wohl. Noch einmal. Bewegte Kunst. Bis zum nächsten Mal.